Viele in meinem Coaching-Programm stellen mir die Frage, Vanessa, wie soll ich mich eigentlich spezialisieren? Ja, und macht das überhaupt Sinn? In der Regel antworte ich mit einer Gegenfrage, in der Regel weiß ich es aber auch dann schon aus den Onboarding-Gesprächen, aber stell dir selbst die Frage, wo stehst du denn aktuell in deinem Business? Wo stehst du auf deiner individuellen Karriereleiter? Bist du eher Anfänger oder bist du schon fortgeschritten? Wenn es um das Thema Spezialisierung geht, dann fällt mir eigentlich ein besonders prägnantes Beispiel ein. Und zwar, wenn du Rückenprobleme hast, dann willst du ja auch nicht zu einem Allgemeinmediziner gehen, zu deinem Hausarzt gehen, sondern du willst zu einem Experten gehen, zu einem Fachmann. Und deswegen ist es besonders wichtig, einfach sich auch über das Thema Spezialisierung mal genauer Gedanken zu machen, denn so wirst du auch am Markt dann wahrgenommen. Es gibt den Wald- und Wiesenmakler und es gibt den spezialisierten Experten. Aber jetzt zurück zum Thema. Bist du Anfänger oder Fortgeschrittener? Als Anfänger empfehle ich dir, einfach mal reinzufühlen, wie ist es für dich, was fühlt sich für dich am sichersten an? Also welche Sparte, welche Kategorie, Wohnung, Hausverkauf, vielleicht sogar Vermietung erst mal? Oder könntest du dir auch vorstellen, mit gewerblichen Personen zu tun zu haben, also auch Büro- oder Einzelhandelsvermietung zu machen? Also fühl da einfach mal rein, in welchem Bereich und mit welchen Menschen würdest du dich am sichersten fühlen? Vielleicht noch kurz am Rande. Mein persönlicher Start begann damit, dass ich erst mal nur Wohnungsvermietung gemacht habe. Damals gab es auch das Bestellerprinzip noch nicht. Da hatten wir es relativ leicht, als Makler Immobilien zu akquirieren, die vermietet werden sollen, weil die Vermieter noch verschont blieben von der Provisionszahlung. Aber hier schau, wie gesagt, einfach mal, wo fühlst du dich am sichersten und wo würdest du am liebsten zu Beginn starten? Wenn du Fortgeschrittener bist oder Fortgeschrittene, dann hast du in der Regel Ahnung vom Geschäft. Du weißt, wie der Hase läuft. Du weißt, wie du mit Privat- und Geschäftspersonen umgehen musst, da einfach auch eine Professionalität ausstrahlst und du kannst dich Stück für Stück erweitern, verbessern und dein Geschäft immer weiter aufbauen. Deine Lösung könnte sein, dass du Mitarbeiter einstellst, die dann spezialisiert sind auf beispielsweise Gebiete. Dass du sagst, okay, der Ortsteil von unserer großen Stadt, der wird betreut von Mitarbeiter A, der andere Ortsteil wird betreut von Mitarbeiter B oder ihr habt unterschiedliche Ortsteile, wo ihr dann beispielsweise sagt, okay, der Norden, in unserem Fall der Norden von Karlsruhe, wird betreut von Mitarbeiter A, der Westen wird betreut von Mitarbeiter C und so weiter. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit zu sagen, nee, wir schauen nicht nach unterschiedlichen Gebieten, sondern wir würden unsere Spezialisierungen machen nach den jeweiligen Immobiliensparten. Also kann durchaus sehr sinnvoll sein. So hast du dann einen Profi pro Sparte oder auch pro Region, pro Ortsteil, wie auch immer und kannst auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter immer tiefer reinkommen und immer mehr Experten für dieses kleine Feld sind. Meine Spezialisierung mittlerweile ist im Übrigen, dass ich natürlich als Maklerunternehmerin tätig bin. Also auch hier, dass wir eher Mitarbeiter haben, die in den einzelnen Kategorien spezialisiert sind. Wir haben eine sehr übergreifende Art zu vermarkten. Das heißt also, wir haben Wohnimmobilien in der Vermarktung, aber auch Gewerbeimmobilien und Investmentobjekte. Wie kommt das jetzt, dass wir relativ unspezialisiert sind? Ja, also bei uns ist es so, dass wir sehr offensives Marketing betreiben. Dir ist ja schon aufgefallen, dass wir sehr aktiv sind, auch auf Social Media. Wir machen mittlerweile Events. Wir haben einen eigenen Eventbereich auch im Outdoor-Bereich geschaffen. Ja, glänzen da auch in der Öffentlichkeit mit Vorträgen und mit Workshops für Immobilienmakler, aber natürlich auch für unsere Kunden, die Verkäufer von Immobilien sind und in Zukunft auch Käufer, die ihre Traumimmobilie suchen. Und dementsprechend mit diesen vielen Wirbel sorgen wir dafür, dass die Menschen proaktiv auf uns zukommen oder auch über Weiterempfehlungen auf uns zukommen. Und dementsprechend sortieren wir da jetzt auch nicht genau aus und sagen, nee, wir machen jetzt nur diesen Ort oder diese Stadt, sondern da sind wir dann auch relativ flexibel, weil wir ein sehr individuelles Vermarktungsprogramm, eine individuelle Vermarktungsstrategie aufgesetzt haben, die wir dann pro Immobilie anwenden können. Und dann ist es auch egal, ob die Immobilie jetzt direkt bei uns im Umkreis von 50 Kilometern sich befindet oder ob die Immobilie auch mal 400, 500, 600 Kilometer weit weg ist. Für den Investmentbank Gerald Hörhan fahren wir auch mal nach Wien und das sind ja dann nochmal einige Kilometer mehr. Also von daher, das ist meine persönliche Art und Weise, wie ich Immobilien vermarkte. Wenn du darüber mehr wissen willst, wenn du wissen willst, wie wir das auch aufsetzen, wie die Vermarktungsstrategien aussehen, dass es trotzdem mega rentabel ist, auch über den Horizont hinaus, sage ich jetzt mal, Objekte zu vermarkten, dann solltest du dich auf jeden Fall hier unten unter dem Video anmelden für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann können wir dir darüber mehr erzählen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in einem meiner Coaching-Programme persönlich wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin Vanessa Wenk und tschüss.